so ich zeig das mal gerade er hat auf dem wohnmobil gehauen die ganze zeit ja ist er denn wahnsinnig das ist wirklich ein gummihammer ist da irgendwas dran ist da was nee ist nix ja es ist gar nichts zu sehen und das ist das material wenn du da mal drauf haust nochmal da so dass es gfk das ist der unterschied der kleine unterschied und das ist alu richtig ist das gleiche gleiche material also kannst du draufhauen bis der arzt kommt ist also auch gfk das ist der kleine unterschied danke fürs einschalten